Und damit ein herzliches Willkommen, ja, ich habe schon gestern ein Video angekündigt, dass, ähm, also das Video, wo stand heute kein FIFA, habe ich angekündigt, dass es einen neuen Uploadplan gibt, und zwar, der neue Uploadplan besteht darin, dass die Videos jetzt immer nicht um 14 Uhr kommen, sondern um 16 Uhr, das hat einfach einen Grund, da ich morgens immer Zeitprobleme habe, das Video hochzuladen, und es manchmal nicht pünktlich kommen kann, jetzt kann ich ganz bequem von der Schule kommen und das Video dann hochladen, und ich habe auch noch genug Zeit, im Notfall sogar noch ein Video zu machen, naja, das eher nicht, aber im Notfall, wenn man sechs gefreut oder so, geht das schon fit, ja, wie man auch sieht, Dienstags kein FIFA mehr, nur noch Samstags, das hat den einfachen Grund, da FIFA mir wirklich im Moment keinen Spaß gemacht, ich finde, EA hat sich das Spiel selber verbockt, da diese Price Range ist schon ein, ja, mächtigen Eindruck hinterlassen, haben, naja, was heißt hier mächtigen Eindruck, dass es einfach nur scheiße ist, wie viele Münzen jeder Spieler verloren hat, ich habe, äh, immer eine Million verloren in diesem Spiel, was ich echt schade finde, und wir schauen einfach mal, wie FIFA das in FIFA 16 machen wird, auf jeden Fall, Montag 16 Uhr, Clash of Clans, Dienstag 16 Uhr, Five Nights at Freddy's, Mittwoch 16 Uhr, Clash of Clans, Donnerstag 16 Uhr, Five Nights at Freddy's, Freitag 16 Uhr, Clash of Clans, Samstags, FIFA 15 um 16 Uhr, und danach um 17 Uhr, neues Format, und zwar angegruselt, ich hoffe, euch hat das Format gefallen, wenn ihr es euch angeguckt habt, wenn nicht, dann schaut doch mal vorbei, ist witzig, finde ich zumindest, und ja, Sonntag 16 Uhr, Clash of Clans, 17 Uhr, Mario Kart 8, das ist jetzt der neue Oblo-Plan, also, falls ihr irgendwelche Verbesserungen habt, oder Wünsche, oder Spiele, die wir spielen können, schreibt es unten in die Kommentare rein, ähm, ein Vorschlag via Surgeon Simulator, könnt ihr euch mal auf YouTube angucken, ist so ein Spiel, wo man so richtig in Rage-Modus geraten kann, oder auch, wenn nicht, ist Geschmackssache, und GTA 5 on, also GTA 5 online, wenn das Interesse da ist, dann schreibt es euch noch mal in die Kommentare rein, ja, und dann würde ich sagen, das war's dann mit einem kleinen Info-Video, und bis zum nächsten Mal, sagt euer Hipster-Player gerne und ciao!